Es kommt zu einem Konflikt zwischen dem, was der Umgebung verlangt von er. Und das, was steht in der Tere, wie er es gebracht hat, ist er ein Wort in Atem. Er ist der Knecht von dem Ebersten und als er Pfützer, wie der Eberste, hat er umgewiesen, ist er zu dem, was er sicher hat, hat er einen ruhigen Schabbat. Not only are you guaranteed your Parnassah, but the way you have to look at the Parnassah. You can make less Parnassah and spend it on good things than make more Parnassah, and God forbid, have to spend it on bad things, like for help and so on and so forth. And you of all people should know this. And that convinced my father to close his store on Shabbat. Amen. Amen.